Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Cody mit einem weiteren Video zu Assassin's Creed Valhalla und dem Cassandra Crossover DLC, gratis für alle verfügbar und nicht nur Cassandra hat es rüber geschafft nach England zur Insel des Nebels, sondern auch dieser kleine Speer hier auf meinem Rücken, grafisch mag er jetzt nicht so super überzeugen, gerade wenn man das jetzt hier so im Fotomodus sieht, mit diesem gelben Balken einmal so drumherum, ist jetzt nicht die beste Art und Weise, denke ich mal, seine Spezialität hervorzuzeigen, aber auf alle Fälle ist es eine super sahne Waffe und hier so im Einsatz, da sieht das dann schon wieder ein bisschen besser aus, da ist dieses goldene Leuchten dann doch irgendwie schon wieder ein kleines bisschen besser, solange man nicht nah herangeht, das sollte man vermeiden, aber gut, andererseits, wie soll man das machen, dass das Ding ansonsten so ein bisschen golden leuchtet, sieht schon wirklich gut aus und Speere sind sowieso massiv mächtig hier in Valhalla und jetzt haben wir auch noch den Speer von Leonidas, den Speer von Leonidas, der hat es rüber gemacht vom alten Griechenland rüber ins alte Englerland und das ist eine coole Geschichte, finde ich aber alle sehr, sehr cool und halt ist es eine ganz, ganz tolle Waffe, hier haben wir mythisch Speer, natürlich noch nicht abgegradet, ne, gerade erst aus einer Kiste herausgelootet, da habe ich noch keine Upgrades verbraten und wenn wir auf die Boni schauen, 10 Angriff, 15 Nahkampfschaden, 15 Fernkampfschaden und plus 20 Fähigkeitsschaden, solange wir ein mindestens eingefülltes Adrenalinfeld haben, drei Rundenplätze natürlich auch noch oben drauf, das Ding ist wirklich mächtig gewaltig, wie gesagt, Speere sind sowieso mächtig gewaltig hier in Valhalla und jetzt mit dem Speer des Leonidas ist das Ganze, ja, noch stärker und dafür braucht ihr gar nicht viel zu tun, logisch, ihr müsst den DLC, die Insel des Nebels, starten, ne, da werdet ihr ja automatisch drauf, ja, zu aufgefordert, das Ganze in Raffnatorb oder Raffnatorb, eurem Hauptsitz in England dann zu starten und dann, wenn wir hier unten in die Ecke von der Insel des Nebels gehen, dann gibt es hier eine Truhe für uns, auch schön brav golden markiert, wir brauchen nur den Schlüssel dazu und auch den Schlüssel bekommen wir relativ einfach und zwar haben wir hier gleich einen jungen Mann, der damit herumrennt, wir sehen das natürlich auch, wenn wir unseren Sinn anmachen, mal gucken, und der ist das natürlich nicht, das ist Lakaai Nummer 1 und er hier, er hier, er hat auch einen Namen, ich kann es hier nicht auf den Fernern genau gelesen, wie er heißt hier, Macbess, sage ich mal, unser Macbess für Arme, der droppt den Schlüssel, wir achten jetzt auf das Inventar auf der linken Seite, da sehen wir rostiger Truhenschlüssel erhalten von dem Nebendort, wie gesagt, Macbess für Arme, dann einmal nur umdrehen, hier rein in die Hütte, da eine Truhe mit einem Schloss, Schlüssel haben wir, spätes Leonidas haben wir, das war's, so kommt ihr in das gute Stück dran, habt einmal Reichtum erledigt und das war's hier, ich hoffe, das zweite Video war für euch hilfreich, es hat euch gefallen, wenn eben so war, denkt an den Daumen nach oben, ganz wichtige Sache, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr hier weiter nichts Neues, ich verabschiede mich von euch, bis zum nächsten Mal und sage so long goodbye, keep gaming, euer Goodie. Bis zum nächsten Mal.